Annika, wenn die Zeit abgelaufen ist, super. Hallo, mein Name ist Jago Deda und ich mache heute die 7 Sekunden Challenge mit der Annikation und dem lieben Patschuko. Die 7 Sekunden Challenge sollte euch hoffentlich ein Begriff sein. Wir stellen uns gegenseitig Aufgaben und Fragen und wir haben 7 Sekunden Zeit, die zulösen. Auf geht's! Also noch, um zur Erklärung Patschuko, stellt mir 3 Aufgaben, Fragen, Zeugs. Ich stelle Patschuko 3 Aufgaben und Fragen, Zeugs und wir jeweils Annika 1, damit sie was zu tun hat. Nenne 5 Unterschiede zwischen Melanie und Bier. Los! Äh, äh, Frau, weiblicher Körper, äh, 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 lecken, äh, äh, lecken, äh, äh, hab ich lecken gesagt. Ja, ich weiß auch, also Bier kann man auch ablecken, aber das ist, aber warum sagst du bei, ja, warum sagst du bei ihr lecken, wo war der Unterschied? Ich weiß nicht, warum. Nenne 2 Dinge, in denen deutsche YouTuber gebadet haben. Chicken Wings und, jetzt wird's schwer, Gummienten. Echt? Weiß ich nicht. Äh, okay. Echt, ich geh mal davon aus. Das ist so bei der Hälfte. Also, jetzt weiß er keine. Baden in Gummienten. Hast du wieder? Ja, weil es auch viel, glaube ich. Ja, ich würde baden in Gummienten suchen auf YouTube. Lecken. 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 Ja, tatsächlich. Ich habe beide noch keinen Punkt. Na toll. Es geht nicht um Punkte, es geht um die Teilnahme, okay? Es geht um inneren Werte. Ja. Und lecken. Lecken. So, alles äh. Okay. Gut, alles klar. Annika, dann schau mal, was die Kleine kann. Zeige, wie Merkel ein Video anmoderieren würde, wenn sie YouTuberin wäre. Und los. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ja, sie hat es schon geschafft. Das kann schon... Ich bin nicht mal erschrocken. Das Problem ist, du kannst es nicht schneller machen bei Merkel, weil sie redet über nicht schneller, ne? Okay. Okay, Pachuko. Ich kann nicht glauben, dass ihr diese Scheiße in YouTube Deutschland macht. Das kann doch nicht wahr sein. Es ist einfach nicht einfach. Ich kann es... Ich keine Ahnung, ich kann auch nach dem Reden... Ja, aber das ist sehr cholerisch. Das kann nicht wahr sein. Äh... Toast. Du hast diesen Toast verbrannt. Du hast keine Berechtigung zu existieren. Das da jetzt... Das hat ein Scheiß gelaufen ist, aber dieser Toast. Der ist verbrannt. Geil. Das ist geil. Anika. Nenne mir vier YouTuber, die du kennst, zwischen aktuell 1000 und 10.000 Abos. Äh... Pachuko. Schlafwertig. Du hängst doch ständig mit ihr ab. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ja, so. Ah, ja, stimmt. Ich bin nur über 7 Sekunden. Ja, die Uhr ist bisher... Neee. Iago. Mhm. Erkläre Tutorial-mäßig, Wie man Trumps Frisur nachmacht, worauf man achten muss. Und los. Als erstes müsst ihr versuchen, so viel Gel in eure Haare zu bringen, wie ihr es nur könnt. Zeig mal. Dann streicht die ganz Glauben über. Drei Dinge, die man auf Facebook findet, Patuko. Bitches, YouTuber und Anstupser. Die einfachsten Sachen in fünf Sekunden. Das zu reduzieren von allem, was man im Kopf hat. Das ist immer so echt schwierig. Ja, wir haben unseren Bildungsauftrag wieder erfüllt. Oder ich mach einfach noch. Ich hab hier so eine Frage, die fand ich ganz witzig. Okay. 30 Fotos von dir in sieben Sekunden. Wie soll ich 30? Warte noch, ich hab eine Funktion, die das kann. Achtung. Das müssen aber auch spannende Fotos sein. What? So. Er muss das jetzt doch beweisen, wie schön er sich fotografiert hat. Was ist das? Ach so. Alle Fotos findet ihr in der Infobox. Ach, das ist doch nein. So, warte. Hallo. Aber ihr findet die Kanäle der beiden in der Infobox. What? Serie 57 Fotos. Nein, ich seh aus, ich seh aus, als ob ich schmelze. Ich will nicht. Ja, mach ihr, Annika Kranz. Annika, Annika. Ja, ihr habt schon Erfahrung mit so einer Kamera. Ich will meine Hand auch dazu tun. Annika Kranz, Annika. Annika Kranz. Annika, hör auf damit, Annika. Annika Kranz, hör auf damit. Annika Kranz. Aber es gibt eher so wie das... Fuß! Fuß! Fuß!